hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem blogtrainer youtube-kanal ja es ist jetzt einige tage her wie ich angekündigt habe wir haben am samstag geheiratet die debbie und ich und ja jetzt sind wir wieder da und wir schauen uns heute direkt brandheißen content an geht um zentralbanken die sich mit bitcoin befassen geht um etns und banken die im allgemeinen ihr angebot für diesen ganzen crypto sektor ausbauen wollen und was das alles bedeutet und es geht auch darum wie manche politiker das nicht wahrhaben wollen wie die ja knallharte realität an dieser stelle aussieht und wir schauen uns zuallererst die blogzeit an das ist die 744 851 und damit heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen ich freue mich dass ihr so zahlreich hier im stream seid das ist wirklich unglaublich schön dass ihr ja jetzt schon am start seid ganz toll ja ich habe auch gesehen es sind vorab wieder ein paar fragen reingekommen die werden wir natürlich zum ende auch beantworten und ich möchte am ende ein bisschen über ja den den hochzeitstag noch ein paar worte verlieren nur so fünf minuten nicht viel aber so viel kann ich verraten es war unfassbar schön ja kommen wir zur ersten großen meldung und das ist das hier die us zentralbank veröffentlicht ein paper das lightning netzwerk wie bitcoin zu geld wird und das klingt natürlich überragend und das ist es auch tatsächlich hier muss man aber ein bisschen genauer hinschauen es handelt sich nämlich hier bei den federal reserve banken also den zentralbanken der amerikaner um genau zu sein zwölf banken oder ein zusammenschluss aus zwölf banken und dieses paper kommt von der bank cleveland beziehungsweise der zentralbank cleveland die ein research eine research abteilung hat und diese abteilung hat dieses paper auf die beine gestellt aber es ist ganz offiziell veröffentlicht worden wir können uns das hier einmal anschauen so sieht das ganze paper aus und das ist auch tatsächlich auf der research seite lasst mich nicht lügen ich glaube hier genau hier veröffentlicht worden als ja ganz normale meldung hier von der federal federal reserve bank of cleveland und da geht es genau darum the lightning network turning bitcoin into money und man denkt das natürlich nicht dass eine bank so was unglaublich großes herausbringt aber ja das passiert und die autoren die hier mitgearbeitet haben sind dabei auf einige interessante dinge gestoßen und haben eben festgestellt welche auswirkungen das lightning netzwerk für bitcoin hat und hier möchte ich mal einmal runter scrollen auf den part wo sie nämlich die auswirkung vom lightning netzwerk auf die transaktionsgebühren von bitcoin betrachten und auch was so den mempool angeht also der mempool noch mal ganz kurz zurück zu der ersten seite die ich sonst immer zeige der mempool das hier zeigt ja an wie viele transaktionen warten um in der bitcoin blockchains bearbeitet zu werden und hier innerhalb der blockchains sehen wir die gebühren also hier im moment gebühren im verhältnis zu den letzten wochen relativ hoch also ab 28 satoshis pro virtual byte kommt eine transaktion in die bitcoin blockchains und ja was hier festgestellt wurde bei diesem paper ist das lightning einen durchaus einen durchaus positiven einfluss auf die transaktionsgebühren hat und auf den mempool wir sehen dass der mempool zwar immer noch teilweise relativ voll ist wir sehen hier die wartenden transaktionen in blau aber im vergleich zu vor dem lightning netzwerk hier 2017 2018 sehen wir dass längst nicht mehr so viele transaktionen unbestätigt im mempool sind und wir sehen auch dass am ende die gebühren dadurch deutlich geringer bleiben hier mittlerweile wenn man hier mal die mempool fees anschaut dann sieht man dass die gebühren struktur mittlerweile deutlich geringer ist als sie es damals noch war im vergleich dazu bevor das lightning netzwerk da war und damit wird ein riesengroßes problem von bitcoin gelöst und zwar das problem dass bitcoin nicht für geld transaktionen im kleineren sinne funktioniert ich meine wenn jetzt mit bitcoin auto bezahlen würde dann würden hier ein paar ich sag mal 50 cent oder ein euro transaktionsgebühren eigentlich stören aber gerade wenn man versucht kleinere bezahlungen zu machen wie ein kaffee oder so und wenn dann der mempool ganz voll ist und eine transaktion sogar mal 20 dollar oder so kostet dann ist es natürlich viel zu viel um damit ein kaffee im hauptnetzwerk zu bezahlen und und das kommt noch oben drauf es dauert ja mindestens zehn minuten damit es wenigstens eine block bestätigung hat ja und das alles löst das lightning netzwerk und genau das ist das was die bank jetzt hier festgestellt hat die us zentralbank und darum geht es eigentlich mich mich selber also die die erkenntnisse die sie haben die wissen wir schon das ist ja nix wo die bitcoiner sagen oh das ist ja spannend ja das lightning netzwerk solche tollen eigenschaften hat das wissen wir deswegen ist es da viel interessanter ist aber dass sich hier eine zentralbank damit auseinandergesetzt hat dass eine bank gesagt hat hey wir schauen uns jetzt diesen zustand an wir schauen uns an ob das lightning netzwerk einen positiven einfluss für bitcoin hat und alleine unter so einem arbeitspapier zu sagen hey das lightning netzwerk macht bitcoin zu geld muss man schon sagen das ist schon wirklich bahnbrechend oder ich meine wenn man das so liest ich selber hätte nicht gedacht dass eine zentralbank in so in einem so frühen stadium wo wir uns hier gerade bei bitcoin befinden überhaupt bitcoin und geld in einem zusammenhang in einem positiven zusammenhang bringt und darüber ein forschungspapier veröffentlicht wirklich wirklich große sache und das zeigt noch mal mehr dass ich wahrscheinlich nicht ganz falsch liege mit der annahme dass die amerikaner sich immer mehr mit diesem gedanken auseinandersetzen bitcoin als mögliche geld alternative zu adoptieren oder zumindest ja diesen use case nicht auszuschließen und ja auch hier könnte man betrachten dadurch dass wir jetzt so eine frühe entwicklung haben und das natürlich gerade mit lightning diese ersten g versuche gemacht werden ist das auch noch nicht in stein gemeißelt dass das die perfekte lösung ist vielleicht an der stelle aber die bank sagt das ist eine lösung die bitcoin zu geld macht und wir sehen dass seit es diese lösung gibt sich die eigenschaften von bitcoin dahingehend verbessert haben zeigt euch sagen sie auch wir können noch nicht feststellen wie viele dieser transaktionen jetzt wirklich geld transaktionen sind oder wie viele einfach nur transaktionen wir schenken die jetzt so eine exchange also sie können noch nicht feststellen wie viele lebensmittel und güter werden wirklich mit lightning bezahlt was sie aber feststellen können ist dass die eigenschaften von lightning bitcoin ergänzen und ja doch damit auch in einen bereich bringen wo bitcoin zu geld werden kann und darum geht es ich finde das würde den banken hier in der eu auch gut tun sowas und vielleicht auch unseren politikern hier hätten wir nämlich unseren politiker des jahres wollte ich gerade sagen die fadmeldung des jahres ein linker politiker und zwar der herr martin schier dewan der hat jetzt in der in der tagesschau in einem gespräch in der tagesschau gesagt hey bitcoin ja dass wir zu also jeder vierte jede vierte bitcoin besitze als kriminell ja und sagte eben dass man ja dass bitcoin benutzt wird für kriminelle machenschaften geldwäsche terrorismus finanzierung menschenhandel solche dinge und tatsächlich ist das nicht der fall ja das schlimme an dieser geschichte ist dass das nachweislich falsch ist er kann zwar sagen dass das schätzungsweise der fall ist aber das ist weit weit weg von den wirklichen zahlen hier mal wirkliche zahlen vom crypto crime report vom unternehmen channelysis channelysis ganz wichtig ist nicht unser freund auch nicht wirklich unser feind aber auf jeden fall nicht unser freund channelysis hat sich zur aufgabe gemacht vor allem mit finanzinstituten zusammenzuarbeiten vor allem für den ganzen steuersektor und vor allem um finanztransaktionen innerhalb dieser ganzen blockchain welt nachvollziehbar zu machen also festzustellen hey da ist eine wallet und die hat dahin bezahlt und von da ging es dahin und so weiter also um hier wirklich eine große umfangreiche de anonymisierung der netzwerke zu gewährleisten also dementsprechend könnte man schon sagen ja sie sind unser feind aber wichtig an dieser stelle ist channelysis hat kein interesse irgendwelche zahlen zu schönen weil channelysis will vor allem mit den behörden zusammenarbeiten ja und was sie festgestellt haben ist dass 2021 nur 0,15 prozent also weit unter einem prozent aller crypto transaktionen mit kriminellen machenschaften in verbindung gebracht werden konnten lustigerweise und davon sogar 75 prozent aus dem ganzen defi sektor also bitcoin ist ein mittel womit fast gar keine kriminellen dinge passieren und wenn man sich den verlauf anschaut von 2017 2018 2019 wo noch sehr viel in diesem bereich gemacht wurde hinzu zu 20 und 21 dann sehen wir dass vor allem hier ein stark absteigender trend was die illegalen nutzung von bitcoin angeht zu sehen ist und dementsprechend ist es eigentlich ziemlich verrückt dass der herr martin schiedewann sowas krudes hier im fernsehen behauptet eben solche falschaussagen die nachweislich falsch sind während ja wirkliche behörden hier mit channelysis zusammenarbeiten und eben sowas dabei festgestellt werden kann und hier an der stelle muss man sich auch dann irgendwann mal fragen wer oder da was ist wirklich der sinn und zweck dieser sache weil man könnte zwar argumentieren dass es wirklich einfach quatsch ist dass er keine ahnung hatte allerdings ist es ja auch wohl so dass diese ja dieses geld ein bitcoin ein ein freies ein zensurresistentes geld system ja das um das hier mal so zu so zu zitieren ja da steht schließlich all den idealen und vorstellungen entgegen für die die linken vorsitzenden sind oder dieser linke vorsitzende eintritt ja also es geht hier nicht darum ein freies zensurresistentes geld für alle menschen zu haben sondern die kontrolle zu behalten und es ist allerdings so dass ich auch finde dass es bessere kritik bei bitcoin gibt wenn man da schon gegen angehen möchte so in die trickkiste zu greifen und so ein blödsinn zu verbreiten ist kompletter quatsch und ja hier auch noch mal um einfach darzustellen was für eine tragweite das hat unsere politiker schießen sicher ins aus wenn wir uns das hier anschauen wie die zentralbanken der usa das thema angehen und wie die das ganze feststellen und unsere politiker das titulieren dann ist es schon krass ja also es geht hier gar nicht darum dass die zentralbank ja hier was anderes sagt sondern es geht darum die art und weise wie sich mit bitcoin auseinandergesetzt wird die einen schmeißen mit scheiße um sich und die anderen gehen halt hin und versuchen nachweislich festzustellen hey was passiert hier in dem netzwerk wie kann das genutzt werden was sind die funktionen dieses netzwerks was wollen die leute ja und das ist ein riesengroßer unterschied und man sich das überlegt dass unsere politiker sich ja eigentlich genau diese frage stellen sollten was wollen die menschen warum benutzen die bitcoin warum benutzen die von mir aus auch crypto diese frage wird gar nicht gestellt das wird einfach unterstellt und damit eigentlich schon in den raum gestellt man müsste es verbieten ja und ja das finde ich nicht so gut zeitgleich haben wir eine bank aus der schweiz die schweizerische post die plant jetzt millionen von kunden den handel von bitcoin zu ermöglichen und ja da ist man man hat jetzt festgestellt dass gerade im privatkundenbereich das gewünscht ist es wurden jetzt umfragen von dieser schweizerischen post gemacht ob die menschen sich unbedingt wünschen die bitcoin dann auch auszahlen zu können auf die eigene wallet und so weiter und das alles ja könnte zwar erst im jahr 2024 wirklich in die startlöcher gehen aber man plant das jetzt umzusetzen das zeigt einfach noch mal dass neben goldman sachs und vielen anderen banken hier die bankenwelt so langsam erkennt ja der bedarf ist da wir haben das in deutschland ja vor kurzem erst gesehen die volksbank greifeisenbank bayern mitte mit ihren 800 mitarbeitern und ja in diesem riesen gebiet was sie bedenken haben hier auch erkannt die menschen wollen bitcoin haben und wir wollen den menschen eine sehr aufgeklärte und informierte aufklärung geben dass man eben dort gute informationen bekommt dass jemand der sich nicht an dieses thema rantraut und ja ihr kennt das ja die die alteingesessenen menschen die sich mit dieser ganzen digitalen welt noch nicht so zu hause fühlen die möchten zum bankberater gehen und möchten gut beraten werden und die volksbank greifeisenbank ist diesen schritt gegangen und die schweizerische post plant einen ähnlichen schritt finde ich sehr gut ja außerdem sehen wir hier eqonex ein bitcoin etn feiert debüt an der deutschen börse ein bitcoin etn ist so wie ein amerikanischer bitcoin etf mit dem unterschied dass es ein etn ist warum ist es ein etn ein etn es ist weil ein et ein etf bzw respektive ein etp der dürfte so in dieser form nicht an deutschen börsen gehandelt werden denn ein etf muss quasi in deutschen börsen immer mehrere rohstoffe beinhalten das ist in den usa anders und deswegen ist es hier ein etn und so heißt das ganze die besonderheit hierbei ist dass die menschen jetzt dann an der börse indem sie dieses produkt hier kaufen quasi bitcoin kaufen was natürlich im hintergrund von dem unternehmen verwaltet wird aber physisch gedeckt ist das heißt die bitcoin liegen da die werden vom unternehmen gekauft und jedes mal wenn dieses finanzprodukt gekauft wird liegen dort auch die physischen bitcoin das ist eben was anderes wie ein synthetischer etf wie wir in den usa gesehen haben wo man nur auf den kurs wettet also hier wird auch wirklich bitcoin hinterlegt als reserve natürlich leiden alle finanzprodukte dieser art an dem sogenannten orakel problem man weiß natürlich nicht ob dieses unternehmen dahinter wirklich diese bitcoin besitzt aber man könnte sie ja zum nachweisen zwingen das ist die besonderheit hier also eine finanzbehörde könnte sagen hey legt mal offen ob ihr die bitcoin wirklich besitzt beweist uns das mit kryptografisch also das ist zumindest machbar und das ist natürlich mit gold oder so nicht machbar das ist die besonderheit hier und man muss dazu sagen die wollen das eben an die deutsche börse bringen also das unternehmen hat ganz klar gesagt also hier das finanzunternehmen eqnex limited sagte hey wir wollen den deutschen markt weil die deutschen sind sehr investitionsfreudig mittlerweile innerhalb der eu hier hat sich viel getan in den letzten jahren und ja ihr hört schon investieren versus sparen sind zwei paar dinge für hardcore bitcoiner ist dieses produkt gar nichts da ist eine börse die hält jetzt diese bitcoin das ist ja nicht was wir predigen not your keys not your coins run your own note diese ganzen dinge werden damit ja nicht erfüllt das heißt eher es ist was für die anleger gesellschaft für die leute die noch investieren wollen die das noch nicht verstehen was bitcoin als lösung bietet und dennoch ist es ein schritt in die adoption ganz einfach ja das thema hier bringt leute zu diesem thema hin und vielleicht fangen sie dann an sich mehr mit diesen dingen auseinander zu setzen meiner meinung nach ein richtiger schritt das zumindest in die klassische finanzwelt zu bringen ja das erstmal zu den aktuellen themen und ja hochspannend finde ich einfach dieses paper hier ich finde hochspannend dass sich hier die federal reserve bank of cleveland damit auseinandersetzt dass man hier ja in der research research dieses paper oder diese ausarbeitung überhaupt gestartet hat ja das könnte man schon mal dazu sagen genau ja und damit kommen wir mal zu zu unseren fragen aus dem chat wir hatten vorm stream schon welche vom marianne rose hat vorm stream die mojipack mitgliedschaft aktiviert dankeschön liebe marianne für die mojipack mitgliedschaft jachti am start wir freuen uns auf den stream grüße an krito grüße gehen an krito und jachti und inka grüße an euch die beiden waren zu besuch vor kurzem inka als fotografin ich zeigte auch gleich noch ein bisschen was zu und haben after wedding shooting mit uns gemacht mega cool kirito taylor danke für deine spende josh es du hattest coole socken bei der hochzeit an genau das kann ich euch auch mal kurz zeigen wir haben jetzt hier muss mal gucken wie das richtig ist so 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 ihr habt das ja bestimmt gesehen wir waren ja ich habe ja zwei drei tage nach der hochzeit die fotos gemacht die sind übrigens von dem lieben robin ebenfalls ein community mitglied der unsere hochzeit fotografiert hat auch absolut zu empfehlen das ist der alpha shooting alle fotografen die ich heute zeige ich glaube ich muss tatsächlich hier leider werbung aktivieren das natürlich nicht in dem sinne dass wir da jetzt was für haben oder bekommen aber ich mache es mal lieber mega geil gemacht also robin erst mal vielen dank für das begleiten unserer hochzeit dass das so cool geklappt hat der robin er kommt vom bodensee wenn ihr fotografen in der nähe braucht dann schaut mal beim lieben robin vorbei er hat es wirklich gut gemacht und das war halt mein highlight ich habe heimlich meine bitcoin socken angezogen zur verärgerung meines vaters mein vater sie hatte nacht vor der hochzeit bei meinem papa gepennt damit debbie damit ich debbie vorher nicht sehe vor der hochzeit und dann habe ich mir die socken angezogen er meinte nein du musst dünne schwarze socken anziehen wenn man das macht ja etikette waren aber das war mir egal und habe ich die bitcoin socken angezogen zwar auf jeden fall eine wundervolle hochzeit so viel kann ich sagen und wir schauen mal wenn die nächsten tage mehr fotos zur verfügung stehen dass ich so ein paar fotos vielleicht veröffentlichen kann das wäre auf jeden fall ziemlich nice und dann vielleicht auch noch mal ganz kurz danke an oh happy cake ich ja sagen wir hier larissa und ihr freund den nehme ich jetzt erstmal nicht zur sicherheit die haben uns ich habe ja im letzten live stream gesagt wir haben keine hochzeitstorte die haben uns einfach ein tag nach diesem video noch eine gemacht und vorbeigebracht wirklich unfassbar lieb tausend dank dafür die hat übrigens mega gut geschmeckt und wenn ihr meine hochzeitstorte braucht schreibt man hier auf instagram auch happy cake an verlinke ich euch unten neben den fotografen war mega nice wirklich und das waren auf jeden fall die socken die der josh gerade in der spende meinte vielen dank lieber josh für die spende temrin der demir bola dankeschön für deine zehn euro wie stehst du dazu mal klassisch auf tour zu gehen und die leute live zu orange spielen würde direkt meine gesamte sibschaft rankarren ja temrin ist so eine sache also an sich gar nicht so schlecht ich wüsste nur nicht wie man das aufzieht ob man dann irgendwo ein event einfach macht oder auf die straße geht mit der kamera oder so weil das auf der straße das ist natürlich vom unterhaltungsfaktor groß aber ansonsten was ich festgestellt habe war ja bei der börse stuttgart in stuttgart bei der invest bei der invest in stuttgart da habe ich schon festgestellt dass die leute super offen sind für das thema bitcoin und das waren leute aus dem klassischen finanz investment bereich und da habe ich halt gesagt hey hier bitcoin ist sparen und bitcoin ist gut weil man damit sparen kann und so die leute waren hoch begeistert also es war wirklich oberkrass und sowas kann man auf jeden fall machen und da habe ich auch schon überlegt ob man ja ob man in irgendeiner form sowas auch mal selber aufziehen kann ich glaube aber dass es schwierig ist also als event auf jeden fall machen wir jetzt bald auch das block trainer event aber ansonsten müsste ich halt wirklich auf so klassische investment events fahren wo die leute eben hinfahren noch gar nicht wissen dass dort jemand ist der sie orange spielen wird aber ja das mit der invest in stuttgart hat mir schon gezeigt der bedarf ist groß bei den leuten einfach mal was anderes zu hören ja die fahren auf so eine messe und die investment leute jetzt senden was gleich ja erde muss diversifizieren kauft ihr ein etf das ist ein gestreutes risiko bla 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 ja alles schön und gut aber in wirklichkeit ist es halt so dass die ganze welt durch ihr investment verhalten ja nur noch auf risiko setzt und das versucht schlau gering zu halten das risiko und damit auch schlau den gewinnen gering zu halten war noch möglichst hoch über der inflationsrate dazu kommt übrigens morgen video thema dollar und euro parität es ist aber so dass in wirklichkeit das was uns helfen würde mal wieder ein bisschen weniger risiko einzugehen und mehr sicherheit aufzubauen wirklich zu sparen und das ist das was bitcoin uns bringt oder und das ist das was wir den leuten erzählen müssen die eigentlich auf der suche nach einem möglichst sicheren investment sind ja ihr geld sicher abzulegen und auf diese veranstaltung muss ich das ist der punkt gebe ich dir vollkommen recht und ja müssen wir ein bisschen forcieren das ganze auf jeden fall david schmidt also temperin danke für deine spende ja lieber david schmidt danke für deine spende kann ein staat ohne geld drucken die polizeiliche sicherheit erhalten könnte bei staatsbankrott das organisierte verbrechen die überhand gewinnen ja gute frage also stellt euch mal vor wir haben jetzt bitcoin als unser geld relativ schnell und der euro scheitert stellt euch das einfach vor ja also ich glaube nicht dass es mit einem knall passiert ja das ist sowieso so ein thema ich denke dass bitcoin und unsere klassischen fiat währung über viele viele jahre koexistieren werden und das ist auch gut so denn was der was der david schmidt gerade sagt ist eine realistische gefahr also stellt euch vor das staatliche system was nur davon lebt dass es geld aus dem nichts drucken kann würde von heute auf morgen kollabieren das geld wenn nichts mehr wert der staat hätte vielleicht noch einmal ein paar rücklagen die an bitcoin gekauft hat und wenn die ausgegeben sind ist er pleite er hat kein geld mehr punkt ende aus und die polizei die der staat bezahlt und die wir durch unsere steuern bezahlen und so weiter die kann sich nicht mehr finanzieren und die ganzen anderen angebote der staat stellt gesundheitssystem diese ganzen dinge ja also das alles kollabiert in sich der staat staatsapparat der geht ja hin und drückt der kredite also geld aus dem nichts gibt das den unternehmen die unternehmen haben dadurch wirtschaftswachstum wenn das alles einstellt verlieren die leute ihre jobs und so weiter können dann keine steuern mehr zahlen wenn keine steuern reinkommen kann keiner mehr die polizei bezahlen und so weiter und dann kollabiert dieses system darauf will der david hinaus und dann hätten wir keinen polizeischutz mehr und in einem land wo es keinen polizeischutz gäbe gäbe es natürlich das große risiko dass sich jetzt der sicherheitsdienst von nebenan breitmacht der dir sicherheit aufzwingt also klassische mafiastrukturen das ist eben der mafiosi der sagt so pass mal auf ich mache dir ein angebot das du nicht ablehnen kannst ja dass das angebot erfährst du dann mit so einem abgeschnittenen pferdekopf der liegt dann in deinem bett und da ist so ein zettel drin mit dem angebot ihr wisst wie diese klassischen klischee mafia dinger laufen aber sowas könnte natürlich passieren dass das organisierte verbrechen sich groß macht dann künstlich schutz anbietet und eigentlich nur das eigene gebiet absteckt und ja die gefahr besteht wenn unser unser system wie wir es jetzt haben kollabiert könnte das die folge sein das gesundheitssystem könnte zusammenbrechen und so weiter aber und das ist ganz wichtig ich glaube dass das da dieses geld für uns alle die gleichen regeln hat es sehr schwierig wäre dass dieser zustand langfristig schlecht bleibt ich glaube wir menschen würden es schaffen uns neu zu organisieren dass wir wieder sagen naja wir wollen ja jetzt nicht wirklich unter einer mafiastruktur leben wir wollen natürlich in irgendeiner form in frieden leben und so dass wir alle ein soziales miteinander haben und dann wird man schnell feststellen hey wahrscheinlich würden sich wieder einzelne städte bilden wo leute bereit sind ja für die lokale sicherheit wirklich steuern zu bezahlen und so eine andere stadt wird es anders machen und ich denke dass man dann irgendwann aus einem freien markt heraus wieder sicherheitsstrukturen aufbaut die eben nicht mafiöser natur sind sondern eben konkurrierender natur der eine sicherheitsdienst konkurriert mit dem nächsten und jedes aufbringen von schädlichem verhalten ist mit kosten verbunden kosten die heutige mafiastrukturen vielleicht nicht haben schauen wir mal so ganz vorsichtig nach italien oder so ja wo wo man böse behaupten könnte so ein berlusconi könnte aus solchen regen kommen ja weiß man natürlich nicht aber dann ist es so dass er natürlich direkt von der geldschöpfung profitiert das ist natürlich dann nicht so gut ja und das wäre mit bitcoin einfach nicht möglich da würde jeder miteinander konkurrieren und nicht der gewinn der schädliche sicherheit anbietet also das angebot was man nicht ablehnen kann sondern der gewinn der gute sicherheit anbietet und zwar der der sicherheit anbietet und von möglichst vielen mit seiner dienstleistung dann auch bezahlt wird und vielleicht sogar städteübergreifend und das wird nur funktionieren wenn er sich gut verhält ansonsten wird er mehr kosten haben als dass er was gewinnt weil die gesellschaft natürlich dann hingeht und sich jemand dagegen auch wehrt es gibt ja diesen staat nicht mehr der eine gesellschaft daran hindert sich zu wehren und das ist ein ganz wichtiger punkt ich denke schon dass wir deswegen auf gar keinen fall wollen dass unser staatliches system scheitert oder unsere demokratie scheitert weil wenn das passiert dann haben wir sordom und gemorre dann geht es wirklich land unter das wäre nicht schön was wir also schaffen müssen ist nach und nach uns an bitcoin anzunähern das staatliche konstrukt wie wir es heute haben nach und nach an effiziente strukturen die bitcoin uns vorgibt und der markt der dadurch entsteht anzupassen dass man sagt hey wir gehen hin und wir nehmen vielleicht aus der staatlichen verantwortung einige dinge raus und privatisieren die aber eben auf einem level wo der staat wirklich mit seinem einfluss geld zu drucken heraus bleibt weil sonst macht er künstlich irgendwelche dinge teuer und das ist die große schwierigkeit ich glaube aber auch dass bitcoin das ganz automatisch macht letztens hat zum beispiel jemand gesagt unter meinem video ihr kennt dass dieses video für no coiner warum bitcoin wo ich erkläre wie bitcoin zu geld werden könnte und da meinte jemand ja aber wenn du bitcoin hast und das deflationäre währung ist dann wird die keiner benutzen um damit seinen alltag zu bezahlen keiner würde hingehen und würde mit bitcoin irgendwelche dinge kaufen weil bitcoin wird ja ständig mehr wert ja was macht das für ein unterschied ob bitcoin das ist was ständig mehr wert wird oder bitcoin das ist was ich spare und ständig mehr wert wird wenn bitcoin da ist ist bitcoin da wenn bitcoin mein geld ist dann werde ich es ausgeben für dinge und wenn dieses argument wirklich stimmen würde dass bitcoin nicht funktioniert weil die leute würden es nicht mehr ausgeben dann gilt das doch für jeden kauf den ich tätige auch wenn ich noch euro habe dann habe ich euro dann sehe ich auch mein euro entwertet so was machst du mit dem euro zwei möglichkeiten du kaufst dir irgendeinen schrott oder du sparst im bitcoin ja das sind die optionen die du dann am ende hast ja was wirst du tun ja du sparst wahrscheinlich im bitcoin weil wenn dieses argument stimmt dass man das bitcoin als geld nicht funktionieren kann weil die leute es nicht mehr ausgeben würden dann stimmt dieses argument ja auch in dem moment wo bitcoin einfach da ist und diese option im raum steht kaufst du dir jetzt bitcoin oder kaufst du den schrott mit einem euro so punkt ende aus und das heißt es macht gar keinen unterschied ob bitcoin das geld ist was wir benutzen oder das sparmittel das wir benutzen es hat denselben effekt früher oder später tauschen die leute lieber alles was sie besitzen im bitcoin statt sich schrott zu kaufen und sie werden sich immer noch schrott kaufen aber eben in einem ganz anderen maße viel seltener sie werden viel mehr auf qualität achten viel vorsichtiger mit ihrem gesparten umgehen das sind doch die effekte die bitcoin für uns bringt so und diese effekte die bringt bitcoin aber nach und nach in die gesellschaft nicht von heute auf morgen ja aber nach und nach wir sind jetzt wie viele bitcoiner hier gerade wie viele schauen zu gerade ganz aktuell knapp 1500 leute schauen hier gerade zu so das sind wahrscheinlich die schnittmenge bitcoiner die wir gerade haben und die die jetzt die nächsten tage das video noch schauen und dann hat es am ende was für sich 20 30 40 tausend aufrufe das sind die leute von wie 4 millionen haben wir in deutschland 80 millionen so und wenn jetzt alle 80 millionen von heute auf morgen nur noch sparen würden dann würde unsere wirtschaft sofort kollabieren ja aber so bringen wir bitcoin langsam in wellen ja in in halving perioden in die gesellschaft rein und so kann sich so ein ganzes system nach und nach an bitcoin gewöhnen und dahingehend sag ich mal wachsen und und in diese richtung zu ich sehe gerade dass mein stream leicht leckt ich hoffe jetzt geht's wieder in in diese richtung an bitcoin gewöhnen und eben strukturen aufbauen die durch den markt funktionieren und das ist die schwierigkeit das leuten zu erklären die ich sag mal sagen hey deflation ist einfach schlecht die nicht sich überlegen mal was passiert denn wenn so ein deflationäres gut erstmal da ist was passiert dann damit wie funktioniert dann unsere gesellschaft und wie kann der übergang reibungslos funktionieren in so ein netzwerk der kann nicht mit dem hammer durch die wand funktionieren soll er auch gar nicht ich würde mir nicht wünschen dass von heute auf morgen unser bisheriges system scheitert so viele missstände wie die system auch haben mag das will keiner glaubt ja das wird unfassbar viel leid und schaden hinterlassen wir müssen uns langsam als gesellschaft daran gewöhnen dass wir eine revolution unseres geldes haben und diese revolution die muss nach und nach stattfinden so dass eben alle abgeholt werden können jeder mitgenommen werden kann das ist das worum es hierbei geht ja ich hoffe das beantwortet deine frage lieber david und ja ich glaube wenn der staat gar kein geld mehr drucken könnte und die wirtschaft kollabiert dann kann der polizeischutz in dieser form nicht bestehen und sollte das jemals passieren müssen wir zu diesem zeitpunkt bereits polizeischutz haben der sich an einem freien markt orientiert und gut funktioniert also nicht das angebot dass du nicht ablehnen kannst ja genau ja jetzt sind wir bei 1600 sehr gut ja ähm gipetto x dankeschön für 16 monate emoji pack mitgliedschaft herzlichen glückwunsch und danke für alles gerne lieber gipetto x gerne gerne ja schön dass du mit am start bist und danke für die unterstützung mr game dankeschön für 10 euro lieber mr game das kommt mir momentan alles wie monopoli vor geld kann erschaffen werden in unmengen als kind dachte ich er es wäre eine straftat es passiert täglich go for sets hartes geld ja mr game es ist verrückt ähm wie gesagt morgen werde ich ein video zu der us dollar euro parität machen um mal die aktuelle verrückte situation darzustellen in der wir uns gerade befinden weil ihr müsst euch einfach klar machen den euro war mal mehr wert als dollar und zwar deutlich mehr wert und der dollar ist ja schon pervers ausgeweitet worden in der letzten zeit und der euro schmiert trotzdem ab obwohl er langsam ausgeweitet wurde und es passiert halt genau das was ich gesagt habe jedes system was kleiner ist als der globale denominator hat weniger geld zur verfügung um die eigene wirtschaft zu unterstützen in form von krediten was an unternehmen gepumpt wird dies das und das heißt die eigenen unternehmen die konkurrieren schlechter mit den unternehmen von dem land mit der mit der globalen weltwährung der usa und das heißt ja plötzlich unsere immobilienbranche automobilbranche alles kommt unter druck und dann haben wir ein problem und das sehen wir gerade weil die umlaufgeschwindigkeit sinkt der geld wert sinkt und dann fliegt uns das jemand um die ohren und unsere politiker tun gerade alles daran und so richtig ja in eine schwierige lage zu bringen und ich würde nicht mal sagen dass sie es machen mit kalkül weil es ist ja für die auch nicht schlau ich glaube wirklich tatsächlich dass unsere politiker gerade einfach nicht verstehen was sie dort tun ich glaube dass die politiker die wir haben ja nicht sehen dass die usa eigentlich gerade in eine ganz andere richtung laufen als wir es tun und das kann uns noch hart treffen ja auch wenn ich hoffe das nicht aber wir warten mal ab wo uns das hinführt ich weiß nur eins was mr game sagt stimmt wir haben eine neue alternative für dieses geld was uns gerade um die ohren fliegt und das ist bitcoin so darum geht es oder und ja ich glaube nicht dass der euro scheitert in dem sinne kollabiert dass er von heute auf morgen wertlos ist ich glaube aber dass er nach und nach dem monetären wert denen die harten sparer auf dem konto liegen haben wegfrisst und ihr müsst euch klar machen wir deutschen sind sparer nation es ist einfach so die deutschen sparen unfassbar viel braucht es den deutschen damals nicht mit aktien und irgendwas kommen das war viel zu viel risiko für die wir deutschen sind eigentlich ein volk was gerne spart ja das ist einfach so und das ist eigentlich schade dass gerade die die viel sparen jetzt ihrem ja dem was sie dort besitzen dem monetären wert beraubt werden und genau das ist was hier passiert und genau deswegen brauchen wir eine lösung weil diese leute können sich dagegen nicht wehren was sollen die machen was sollen die tun stellt euch vor es gäbe kein bitcoin was sollten die in dieser situation jetzt tun hätten die irgendeine chance ja ihr gespartes raushauen und risikoinvestments tätigen immobilien kaufen etfs kaufen ja das ist die option deswegen boomt der investment sektor so weil das die einzige option ist mehr und wir haben aber gott sei dank eine neue und das ist bitcoin bitcoin bleibt begrenzt bitcoin bleibt knapp und keiner kann es euch wegnehmen darum geht es geht nicht darum dass bitcoin mehr dollar oder euro wert ist darum geht es geht darum dass bitcoin dieser jede einzelne coin dass der knapp bleibt dass das niemand drucken kann darum geht es das ist das harte versprechen ja nichts anderes ingo büte dankeschön für deine spende lieber ingo krimineller wird bald ein haus zur miete finden ingo ist einer von vier bitcoin besitzern kata carlo danke für 20 euro lieber kata carlo danke für diese riesen spende hi roman alles gute zur hochzeit freut mich dass ihr euch getraut habt ja getraut getraut mit au also ja immer sorry banane bin seit einiger zeit bitcoin only und fühle mich freier danke für den guten content sparen bitcoin sparen in bitcoin macht echt wieder spaß man braucht nur zeit und geduld kata carlo hast du wunderschön gesagt und das ist glaube ich auch die überzeugung die man irgendwann hat man kann ja auch risikoinvestments tätigen man kann sich ja auch altcoins kaufen und darauf hoffen dass die unternehmen dahinter und die foundations dahinter das ganze in die richtige richtung lenken ja und vielleicht hat man ja eine gewaltige upside man kauft einen altcoin und kriegt später doppelt so viel bitcoin dafür wie man hätte im bitcoin bekommen können aber das ist wieder der spekulationspart das ist wieder risiko das ist genau der unterschied und überlegt auch dass die gründer dieser altcoins häufig riesenmengen tatsächlich selber im bitcoin halten ja ich habe das schon ein paar mal gezeigt und ich zeige es auch noch ein paar mal gerne ja habe ich mache ich wirklich gerne und das ist diese seite hier bitcoin treasuries wenn wir uns das mal genau anschauen guck mal hier wartet mal da block one ja block one ist das unternehmen hinter hinter eos eos war 2017 der ultra hype eos war sogar hype wie heute solana oder so ja riesengroß eos war riesengroß und dieses unternehmen hält 164.000 bitcoin wollen wir mal zeitgleich gucken wie es eos so geht ja wenn das unternehmen 164.000 bitcoin hält wollen wir mal gucken wie es eos so geht schauen wir mal wo wo ist denn eos eos sekunde eos ich glaube ich habe sie gerade übersehen ne habe ich nicht platz 49 ok platz 49 wir waren irgendwo in den top 5 damals ja 2017 hier so geht es eos noch viel schöner ist es wenn wir das ganze mal im vergleich zu bitcoin bringen hier bitcoin ja ok reckt ja rugpull hier die leute die leute haben damals für für diesen scheiß haben die damals im peak ja 20 hier 20 ja 18 bis 20 dollar ausgegeben schaut euch das an die stehen gerade bei 90 cent 92 cent das ist der punkt ja und was hat das unternehmen dahinter block one 164.000 bitcoin mal hat sich keiner aus mal hat sich keiner aus ja ein paar haben risiko eingegangen ja weil sie spekulieren wollten auf eos während das unternehmen nicht spekulieren wollte auf eos und lieber in bitcoin getauscht hat ja was soll ich sagen das ist die knallharte realität so sieht es aus und von daher kata karlow ich kann verstehen dass du dich mit bitcoin only freier fühlst und entspannter ja absolut mcf light dankeschön für deine spende glückwunsch euch beiden dankeschön mcf vielen vielen dank was geht dich sagen danke für deine spende weiter so block trainer team dankeschön machen wir machen wir mr game danke nochmal für die spende ist es geplant ist es geplant sekunde go for sets ist es geplant video idee euro dollar wert das ist dass es abgerutscht ist und was das für unsere wirtschaft bedeutet wenn das unter 1 dollar geht mr game ja genau also ich werde da morgen ein video zu machen wir haben auch heute auch schon beitrag zu veröffentlicht und ich weiß nicht wie weit ich auf unsere wirtschaft dabei eingehen werde weil ich sag mal klar ein bisschen schon das problem ist immer in einem video alle zusammenhänge zu erklären das ist auch das wo ich mich meistens wenn ich mich mit videos erzähle tatsächlich darüber streite gar nicht über den inhalt an sich sondern dass die erstmal noch gar nicht nachvollziehen konnten wie mein gedankensprung war und dann gehe ich hin und erkläre ja aber schau mal weil das so ist und das so ist und das so ist bin ich am ende von hier nach da hinten gekommen aber in einem 15 minuten video kann ich halt nur diesen schritt von hier nach da hinten erklären und nicht jeden kleinen einzelnen schritt wie ich da hingekommen bin und meistens ist es dann so wenn ich denen das volle spektrum erkläre sitzen und sagen okay doch ergibt sinn deswegen das ist immer die schwierigkeit in einem youtube video ist man sehr eingeschränkt was man erzählen kann weil man nicht jedes mal mit der geldgeschichte mit nixen dem nixen schock und allem wieder anfangen will und am besten auch mit den reichsteinen wie früher geld funktioniert hat dann ist mal schwierig zu erklären warum wenn us dollar und euro eine parität schon bilden und der euro sogar abwertet und ist ja mittlerweile sogar glaube ich gerade unter einem dollar wert warum das für unsere wirtschaften problem ist aber klar man kann das anreißen ich meine habe ich ja gerade auch schon grob erklärt wie das zusammenhängt wenn das eine land weniger geld drucken kann als die weltreserve währung dann kannst du die eigenwirtschaft schlechter unterstützen und diese ganzen dinge ja aber ich versuche das mal morgen irgendwie unterzubringen marzer blitzmaschine danke für deine spende gibt es eigentlich noch jemanden aus der partei die linke der eine andere meinung zu bitcoin vertritt gefühlt kommt immer der gleiche kram von denen das weiß ich tatsächlich gar nicht ich weiß aber auch nicht so wirklich wie die meinung der anderen parteien bezüglich bitcoin sind ich weiß es immer nur von einzelnen personen ich beschäftige mich gerade wenig mit diesen parteien weil die mir ehrlich gesagt alle völlig egal sind also mir ist auch egal also dieser dieser martin entschuldigung wie heißt er weiter schirdewahn martin schirdewahn der könnte auch bei der cdu sein oder sonst wo sein das wäre mir völlig egal am ende am ende geht es um die person die person findet es kacke der ist irgendein politiker der von der tagesschau angehört wird und der redet völligen schmarrn über bitcoin das ist das worum es am ende geht ja und was nicht sein darf so und da ist eigentlich völlig egal von welcher partei er kommt und ich weiß auch nicht ob von den linken da ein paar bei sind die es anders vertreten ich kann es mir aber fast nicht vorstellen also sagen wir mal runtergebrochen ist ja so dass sozialismus versucht in gewisser form für alle menschen ein faires system zu schaffen aber aus dem system heraus das heißt das ist eine zentrale partei es gibt keinen freien markt ganz wichtig das ist eine zentrale partei und die versucht das was alle besitzen zentral auf alle aufzuteilen im ideal in die dieser ideal vorstellung die problematik ist halt immer und das ist die große frage hier beim sozialismus das ist die große frage die große frage beim sozialismus ist kann das funktionieren dass eine zentrale partei für 80 millionen menschen oder für milliarden von menschen ja manche länder haben ja noch viel mehr einwohner kann das funktionieren dass ein zentrales organ den bedarf den 80 millionen menschen in zukunft haben werden heute plant kann das funktionieren kann das funktionieren dass ein zentrales system heute weiß ich muss das unternehmen unterstützen weil die menschen in zukunft das auto kaufen wollen und ich sage nein ich glaube genau das kann nicht funktionieren ich glaube das führt zu unfassbar viel schaden weil dann schrott produziert wird den wir nicht brauchen weil hier eine fehlplanung passiert und wisst ihr auch warum weil wir menschen eben keine borg sind wie bei star trek wir sind individuen jeder möchte was anderes du kannst für 80 millionen menschen nicht versuchen voraus zu planen was diese 80 millionen individuen wohl in zukunft haben wollen werden würden das ist kompletter schwachsinn und deswegen glaube ich dass das nicht funktioniert das glaube ich einfach ja und ich glaube dass jemand der das aber will mit bitcoin nicht weit kommen wird du kannst ja dieses system bitcoin nicht kontrollieren also würde ja dieser zentralen planung der essentielle faktor die wirtschaft zu planen fehlen und zwar das geld geld ist das fundament der gesellschaft wenn das fehlt kannst du nicht planen punkt ja und das ist einfach das was ich sehe und es geht nicht darum was ich will oder oder was ich fühle oder was ich was ich denke es geht darum was fakt ist man kann für 80 millionen menschen nicht den bedarf planen und geschweige denn für milliarden von menschen in einer globalisierten welt es geht schlichtweg nicht man hat keine glaskugel man weiß nicht was die in zukunft brauchen werden und wenn es auf einmal eine umwelt katastrophe gibt dann weiß man das vorher nicht da muss der markt darauf reagieren können man kann nicht vorher planen was all diese menschen brauchen werden am ende das das ist doch die einzige problematik oder und das ist das einzige wo ich hier das große thema sehen sehe ja und warum ich glaube dass das sowas hier passiert ja sowas hier weil man das nicht will weil man will dass jeder vierte bitcoiner kriminell ist das muss man wollen in dem moment weil sonst gibt es keinen grund bitcoin in diesem rahmen jetzt so zu torpedieren man muss das so sehen weil es könnte so sein man weiß es nicht du kannst nicht planen wenn jeder vierte kriminell ist wenn diese möglichkeit besteht du musst den menschen diese möglichkeit nehmen kriminell zu sein du musst ihnen den individualismus nehmen wenn du so willst und damit sage ich nicht dass ich will dass menschen kriminell sind aber ich möchte dass jeder mensch die freie entscheidung über das tritt trifft was er für sich möchte und und tun möchte und damit meine ich nicht jeder soll kriminell werden damit meine ich wenn ich morgen ein eis essen gehen möchte möchte ich ein eis essen und wenn ich mir lieber ein butterbrot kaufen möchte kaufe ich mir ein butterbrot und das kann niemand vorher wissen was ich morgen möchte und das muss der markt ergeben und zwar in dem moment wo ich losgehe und mir diese dinge kaufe und keine geplante instanz darum geht es ja um nichts anderes kosi dankeschön für deine spende lieber kosi für die kanalmitgliedschaft lieber kosi elf monate schon herzlichen glückwunsch zur hochzeit viel glück liebe und freude für eine gemeinsame zukunft vielen vielen dank kosi vielen dank freshprince dankeschön für neun monate emojipack mitgliedschaft glückwunsch zur hochzeit ihr seid die besten dankeschön freshprince kata carlo dankeschön für neun monate mitgliedschaft btc ist wie das trojanische pferd einmal eingeschleust wird er früher oder später seine volle kraft entfalten ja sehe ich genauso also ich glaube nicht dass irgendwas bitcoin noch stoppen kann ich glaube wir können wir können verlangsamen in seiner entwicklung weil wir uns selber von diesem netz exzensieren weil wir sagen oh ja hier in der eu wollen wir damit nichts zu tun haben ja teufelszeug jeder viertes kriminell verbanden wir alle kriminellen aus der eu oh ne verbanden wir bitcoin aus der eu dann sind alle nicht mehr kriminell ihr versteht ja der witz an der stelle ja und ihr könnt ja mal durch sein im chat ja 1 2 3 4 der vierte ist kriminell so und am ende ist bitcoin da man wird es nicht mehr los es wird immer größer ob wir wollen oder nicht wir müssen uns damit arrangieren punkt punkt ende aus nike nike ist dankeschön für die 15 monate monge pack lieber nike glückwunsch und viele kleine satoshis dankeschön die kommen hoffentlich irgendwann ja die kommen hoffentlich jemand wann kommt das vlogtrainer baby ja hoffentlich kommt wir wissen noch nichts unterwegs ja aber ja wir wollen natürlich viele weitere jetzt hätte ich fast gesagt bitcoiner quatsch das ponzi scheme muss vorangehen blocktrainer machen baby nein spaß mach nur einen spaß ja sven das hat dankeschön für deine spende lieber sven vielen dank 50 euro lieber sven tausend dank dafür hey roman danke für deine mega arbeit die du hier leistest hab all deine videos in den letzten 1,5 jahren gesehen wahnsinn das das hat ein stück weit mein leben verändert sehr schön das freut mich sehr sven vielen dank dafür und herzlichen glückwunsch zur vermählung grüße an debbie die bestellig sven vielen vielen dank für die unterstützung toll dass du dir so viel von dem content angeschaut hast und toll dass ich dich ein stück weit verändern konnte dein leben verändern konnte und ich hoffe natürlich zum besseren dass man für sich eine ja eine richtung einschlägt wo man sagt ja das gefällt mir das ist schön ja absolut sven tausend dank robin gottschalk danke für die für die mitgliedschaft kanal mitgliedschaft lieber robin tausend dank robin gottschalk bist du verwandt mit thomas gottschalk sein name ist nicht sicher sein name ist nicht sicher dank für die spende glückwunsch zur hochzeit bitte mal ein detailliertes video zu open dime machen möchte einen normie zur geburt seiner tochter ein geschenk machen ja also können wir machen open dime mal ganz grob wie das funktioniert ein kleiner usb stick jetzt steckst du in den computer und dann lädst du dort eine datei drauf und diese datei kann zum beispiel ein foto sein oder so oder wo du mit paint irgendwas krickeler krack gemalt hast und das ist natürlich diese datei hat dann komplett unique eigenen fingerprint und aus diesem wird ein private key berechnet sozusagen und damit hast du mit diesem open dime dann individuelle bitcoin wallet die problematik ist natürlich so ein gerät kann die kaputt gehen und so du müsstest diese datei also irgendwie noch mal kopieren und sie die später wieder auf einen open dime laden zu können um jederzeit wieder heranzukommen das ist im grundsatz wie es funktioniert ich kann dazu mal ein video machen und euch das zeigen ist aber verhältnismäßig unsicher muss euch klar sein ja das ist eher so eine spielerei um wie du schon sagst mal eben was zu verschenken wenn es jetzt aber für die tochter ist zur geburt und das jetzt wirklich über viele viele jahre einfach dort liegen soll dann macht es vielleicht eher sinn sogar gestanzt in stahl zu verschenken oder so ja also muss man einfach überlegen ja es sei denn du verschenkst es damit der freund die sofort auf eine sichere wolle zieht oder so genau sowas in die richtung ja genau ja und ich glaube auch noch mal ganz wichtig ich glaube mit bitcoin werden wir nach und nach viele unserer strukturen halt an den markt knüpfen der sich dadurch ergibt dass die leute freiwillig bereit sind ihre bitcoin aufzugeben und das wird sehr lange dauern weil wie ich das vorhin schon sagte wir haben ja heute ein system was so wie es ist funktioniert und das ist auch im aktuellen zustand gut wie es ist aber wir wollen nicht dass unser system jetzt scheitert ja auch wenn das viele denken aber keiner würde jetzt einen radikalen wechsel wollen wird niemand wollen und ich glaube was wir uns klar machen müssen ist dass sowas wie der us dollar und bitcoin ultra lange koexistieren werden und können einfach weil der dollar in dem die amerikaner hingehen und bitcoin kaufen diese bitcoin ja da sind um den dollar abzusichern und könnte in schwierigen zeiten dollar vom markt zurückkaufen den wert abhärten und so weiter es würde ultra lange dauern bis der dollar wirklich 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 in eine art hyperinflation rennt und das müssen wir uns klar machen dass bitcoin vor allem ein werkzeug auch sein kann um diese klassischen fiat währungen sehr lange abzusichern dann hat man zwar keine eins zu eins deckung wie im gold standard aber man hat eine deckung und diese deckung kann benutzt werden um eben sehr viel sicherheit für das geld erst mal zu suggerieren und zu erzeugen und das ändert nicht die probleme dieses geldes und das ändert nicht die notwendigkeit die wir am bitcoin haben sondern es verhindert dass unsere systeme so wie wir sie heute haben zu schnell kollabieren weil wie das vorhin der david schon gut sagte oder gefragt hat wenn das passiert dann laufen wir in eine unfassbar gefährliche situation gibt es sordom und gemorrer katastrophe das will keiner also es gibt ein paar die das wollen mit sicherheit ja so wie der joker sagt ja manche menschen wollen die welt einfach nur brennen sehen oder er hat es nicht gesagt sondern es wurde ja bei batman festgestellt von von butler ja aber genau das ist halt bei manchen so manche wollen das ich selber ich wünsche mir halt eine evolution eine entwicklung eine entwicklung die gesund abläuft eben dass was neues entstehen kann ja das etwas wachsen kann ja bitcoin ist wie so eine pflanze die wir gepflanzt haben die immer größer wird und ja die immer früchte trägt von der wir uns alle nähern können ja frank f danke für die modipack mitgliedschaft um marka danke für 13 monate ultra mitgliedschaft vielen vielen dank sehr ist noch second best so sieht aus marka und das trifft nicht nur auf bitcoin und altcoins zu macht euch einfach klar dass bitcoin eigenschaften hat die gar nichts anderes auf der welt besitzt nichts alles unterliegt dem orakel problem außer bitcoin macht euch das klar bitcoin ist das allein stellungsmerkmal schlechthin also es gibt nichts was das kann kein haus kein auto diese ganzen dinge können keine wirkliche knappheit bestimmen wie bitcoin das kann das müsst ihr euch klar machen harald dankeschön satoshi nakamoto ist pro harter schneller wechsel ja ist auch in ordnung jeder jeder kann sich das doch wünschen wie er das möchte ich glaube trotzdem dass bitcoin durch seine harving perioden so eine art automatischen schutz hat dass unser system nicht von heute auf morgen kollabiert sondern nach und nach immer wieder in in etappen mehr leute zu bitcoin bringt und damit einen gesunden wechsel auch ermöglicht ja das ist das was ich glaube bitcoin ist der node ausgang wenn alle stricke reißen ja absolut aloys absolut leute eins in den chat wer sich auf das community event freut ja haut mal eins in den chat wer sich auf das community event freut ich bin sehr gespannt wie viele einzelner gleich kommen so drei stück oder so alle alle anderen kommen nicht mehr ein spaß beiseite ja noch mal kurz zur hochzeit ich möchte mich in diesem sinne noch mal kurz bedanken also einmal hier bei dem robben robben wiese alpha shooting also wer in der nähe vom bodensee wer dort wohnt und einen guten fotograf braucht robben hat die gesamte hochzeit begleitet debbie vom schminken über diesen ganzen prozess mega professionell mega gemacht tausend dank dafür lieber robben ich bin gespannt auf die ganzen fotos wir haben jetzt erstmal nur grob so ein paar fotos die ich zum beispiel jetzt auch schon geteilt habe bekommen wollte ich einfach erwähnen als dankeschön link ist in der video beschreibung genauso wie inka bettke die frau vom jachti die beiden kommen aus der nähe von also das ist in sachsen anhalt das ist hier osterweg wer da einen fotografen braucht für hochzeit für ja seine familie fotografieren oder 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 auch mega gut absolute empfehlung und oh happy cake tausend dank nochmal larissa und dein mann ich weiß nicht ob ich den namen sagen darf tausend dank dafür das war eine mega tolle torte ultra schön dass wir die hatten weil wir hätten sonst keine gehabt und ja da fliegen die einsen gerade in den chat genau euch wollte ich nur erwähnt haben die links dazu findet ihr in der video beschreibung und jetzt noch mal ein kurzer hinweis ich war im podcast beim nico und nico was bitcoin bringt der interviewt alle möglichen charaktere rund um bitcoin und so jetzt auch mich hierbei und ganz ehrlich dieses interview solltet ihr euch anschauen also das ist jetzt kein eigenlob oder so ne also damit nichts zu tun es geht vielmehr darum dass ihr also dass wir über spannende themen sprechen wir sprechen darüber wie bitcoin unsere welt verändern kann warum bitcoin das tut warum nur bitcoin das tut und ihr solltet das einfach schauen das ist wirklich hochwertiger content und nico ist ultra fit was ökonomie angeht war journalist über viele jahre ist journalist ja im ökonomischen bereich und das video habe ich euch verlinkt unten ebenfalls in der video beschreibung schaut auf jeden fall rein ja das dazu und dann kommen wir langsam zum ende vielen vielen dank für den tollen stream danke für die spenden danke für die lieben worte da kommt noch eine spende von tassilo schucker dankeschön für die spende lieber tassilo hey roman was passiert deiner meinung nach bei einer sonneneruption stromausfall im größeren maße mit bitcoin netzwerk mit dem bitcoin netzwerk beste grüße sehr charismatisch dankeschön tassilo also so richtig tief kann ich das natürlich nicht sagen das weiß keiner aber ich kann so viel sagen ich glaube eine sonneneruption über die ganze erde würde unfassbar viel schaden verursachen wenn wir das überhaupt jemals in diesem maße sehen weil dann ja alle elektronischen geräte kaputt gehen und du musst dir überlegen dass wir heute so große städte und ballungsgebiete haben dass viel viel unserer nahrung aus dem ausland kommt oder von sehr weit weg hin transportiert werden muss und die produktion dieser nahrungsmittel in diesem maße wie das menschen im millionen facher also millionen menschen die in einem ballungsgebiet leben brauchen also muss ja so viel lebensmittel produziert werden es passiert alles maschinell heutzutage und vor allem digital das alles wird ja mit kaputt gehen bei einer sonneneruption also ich glaube das größte problem was wir dann hätten wäre das wirklich unsere gesamte infrastruktur einfach kaputt wäre ein riesen problem verursachen würde das bitcoin netzwerk selber wird irgendwo knotenpunkte haben die weiter arbeiten irgendwo meine haben die weiter arbeiten und wenn es in irgendeinem bunker ist unter der erde der geschützt ist gegen eine sonneneruption wer weiß ja also das netzwerk wird auf jeden fall im aller schlimmsten fall kurz still stehen und dann weiter laufen aber was passiert mit den ganzen produktionsstätten für lebensmittel was passiert wenn die leute nichts mehr zu essen haben das ist halt das große problem ich glaube wir machen uns immer so viele gedanken um bitcoin und müssen uns klar machen bitcoin ist einfach ein bündel an technologien die wir in allen anderen bereichen der welt ja auch benutzen also jedes problem was für bitcoin im raum steht steht für uns alle jederzeit im raum wo wir digitale strukturen verwenden immer ja und von daher ich glaube erst mal nicht unbedingt dass wir eine sonneneruption dieser art überhaupt bekommen müssen und das andere ist dass bitcoin das trotzdem überstehen kann einfach weil danach die geräte weiter betrieben werden können die das überstehen und das netzwerk läuft einfach weiter ja die blockchain ist ja da man hat den datenstand ja genau der war der dankeschön für 14 monate kanalmitgliedschaft wählt quimbi wer ist quimbi team quimbi was ist quimbi was verpasst was ist quimbi jetzt müsst ihr mich nur eben aufklären was ist quimbi komm bevor es hier zu ende geht heute ähm ein denker ah phineas parkus quimbi krass 1802 äh gilt als geistiger vater der neugastbewegung seine spirituellen nahen auffassungen bezogen sich auf den geist gottes als heiligen heilenden allgeist was schau ich mir mal an schau ich mir mal an und jetzt euch noch einen wunderschönen abend danke dass ihr mit am start wart ja family guy könnte es von family guy sein ja wenn eine sonneneruption passiert die meiner stark betroffen sind könnte es dann angreifbare ein 50 prozent werden franjo dann müsste es ja bedeuten dass die angreifer ihre geräte außerhalb der sonneneruption haben und die ganze zeit nicht benutzt haben und so na und müssten dann hoffen dass wirklich so viele meiner kaputt gegangen sind und so weiter dann vielleicht ja aber ich glaube das ist sehr unwahrscheinlich glaube dass ja dass die anzahl an mining geräten die da stand für diesen angriff dann genauso kaputt ist in dem moment ja von daher glaube ich es bleibt ungefähr gleich quimby von den simpsons ah simpsons der bürgermeister ah warte okay simpsons der bürgermeister okay dann ich habe mich gerade schon gewundert ah jo jo quimby jetzt sehe ich sie auch gerade als fünften punkt ich mache es mal auf hier ja bürgermeister von den simpsons ja ist ja gut ist ja gut einer schreibt w tf entschuldigung entschuldigung so liebe leute dann wünsche ich euch einen wundervollen abend danke fürs dabei sein schaut bei nico im podcast vorbei war eine super coole folge und schaut mal vorbei wenn ihr fotografen aus sachsen anhalt oder vor allem vom bodensee braucht oder meine hochzeitstorte oder eine torte für Geburtstag oder so die links sind unten in der video beschreibung einfach runter scrollen und damit wünsche ich euch einen wundervollen abend schön dass ihr mit am start wart es war super toll und macht es gut tschüss leute bis zum nächsten